Es ist Freitag, der 13. Herzlich Willkommen zur Staffel der Frauen. Für wen wird es ein verflixter Freitag? Für wen ein Goldener? Die Bedingungen sind perfekt auf der Strecke und am Schießstand. Und siehe hier die Tschechien mit drei Saisonsiegen aus fünf Rennen in der Staffel. Genau in dieser Besetzung sind sie in allen Staffelrennen der Saison gelaufen. Sind mit ihnen, mit den Deutschen, die die beiden anderen Rennen gewonnen haben, die großen Favoriten. Die Deutschen, es wurde eben schon angesprochen, in dieser Besetzung zumindest, in dieser Reihenfolge noch nie unterwegs. Und dann die Weißrussen mit Startnummer drei. Kathi Willhelm hat sie nicht auf die Rechnung, ich schon. Da werde ich mich nachher auch nochmal mit Kathi Willhelm drüber unterhalten. Für mich sind die drei in der ersten Reihe die großen drei Favoriten. Dann Frankreich, Italien, Russland. In lauer Stellung die Ukraine und Polen. Franzosen, Anais, Pescon, es sind genau ihre Bedingungen, es ist bretthart. Da ist sie schnell, Italien mit Lisa Vitozzi. Dorothea Vira, sonst oft die Startläuferin gewesen, haben sie heute nach hinten gestellt. Wollen also hinten dann nochmal attackieren und nicht so offensiv rangehen, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Die Ukraine mit Irina Wawinez, Julia Gyma, die nicht so gut in Form ist. Olga Abramoma und Valentina Semerenko hinten, also wegen Gymas Formschwäche die Ukraine. Der Olympiasieger heute möglicherweise nicht ganz so hoch zu bewerten. Auch die Norwegerinnen haben bestenfalls Außenseiter Chancen. Startaufstellung seit dieser Saison. wird ja nur noch aus drei Reihen gestartet. Dafür zehn Athleten hintereinander und es geht sofort in die freie Technik. Franziska Hildebrandt, also die Startläuferin von allen Startläuferinnen. Die, die im Gesamtweltcup am besten platziert ist, auf Position fünf. Vier mal sechs Kilometer Staffel der Frauen bei den Weltmeisterschaften in Kontjo-Lachti. Los geht's, Nadezhda Skardino. Aus Weißrussland biegt als erste um die erste Kurve. Dahinter dann direkt Franziska Hildebrandt im schwarz-rot-gelben Laufanzug der Deutschen. Drei Runden muss jede Athletin laufen über jeweils zwei Kilometer. Es ist die kürzeste Runde, die es im Biathlon-Weltcup gibt. Aber selbst die ist hier schwer. Sie ist 2150 Meter lang mit schweren Anstiegen. 64 Höhenmeter müssen überwunden werden. Das ist alles im oberen Toleranzbereich des Reglements. Also hier geht es an die Grenzen, auch auf den vermeintlich kurzen zwei Kilometer Runden. Hier, wie gesagt, dreimal absolviert werden müssen. Skardino hier im Vordergrund, die Weißrussische Staffel. Es hat schon eine gewisse Dynamik, wenn das da sofort in der freien Technik losgeht. So, Franziska Hildebrandt in der Abfahrt geht sie sogar vorbei an Skardino. Erstes wichtiges Indiz in den Wachstruck zu den Technikern. Das deutsche Material scheint zu passen. Die Strecke ist schnell. Das heißt natürlich auch, sie ist ein wenig weniger selektiv als bei schweren, bei langsamen Bedingungen. Da setzen sich dann die laufstarken Athleten noch mehr ab, als wenn es schnell ist. Das heißt, es wird noch mehr Fokus auf dem Schießstand liegen. Ja, zwei lange Anstiege gibt es auf der Runde. Jetzt zeigt sich Kadri Lechklar aus Estland. Einige Nationen haben offensiv aufgestellt, haben ihre Besten nach vorne gestellt. Susan Dunkley für die USA mit der Nummer 21. Japan mit Fuyuka Suzuki. Nationen, die werden wir auf der ersten Runde vorne sehen, möglicherweise. Dann aber später vermutlich nicht mehr. Dunkley jetzt dort auf Position 3. Die USA aber in der Summe nicht stark genug aufgestellt. Jetzt hören wir an die Stitzel. Der deutsche Männertrainer, der wie üblich bei Frauenrennen auch mit an der Strecke Unterstützungsarbeit leistet. Zusammen mit Tobi Reiter, einem der beiden Frauentrainer. Reiter ja wie immer an der Strecke hier nach diesem langen Anstieg, nach der sogenannten Mauer oder Wand. The Wall. Dort links mit der roten Mütze sind Tobi Reiter. Und Gerald Hönig wie immer am Schießstand. Jawohl, ihr seht euch schon leicht ab. Ganz stark unterwegs hier. Einmal frei. Jawohl. Sauber. Und auf geht's. Und auf. 4,3 Sekunden. Kleine Lücke sogar schon. Hildebrandt und Dunkley vor dem großen Rest des Feldes. 1,3 Kilometer sind absolviert. Jetzt geht's nach diesem langen Anstieg nochmal ein bisschen weiter bergauf. Dort in diesem Bereich hält sich auch Luise Kummer auf. Die fünfte im deutschen WM-Kader, die heute nicht zum Einsatz kommt. Hier, wo sich die Strecken kreuzen. Jetzt geht das in einer Linkskurve über die Brücke. Wie haben Sie vorhin gesehen, beim Rauslaufen aus dem Stadion ging es unter der Brücke hindurch. Zum Stadion, zum Schießen. Erst im liegenden Anschlag, dann im stehenden Anschlag. Der Stadion wird geschossen und es gibt in der Staffel Nachladepatronen. Das heißt, wer nach dem 5 Schuss noch Scheiben stehen hat, der kann bis zu 3 Mal nachladen. Wer dann nicht getroffen hat, der muss in die Strafrunde. Das kostet also in einer Staffel richtig Zeit und tut richtig weh. Und bei den guten Bedingungen heute, da ist eine Strafrunde schon sehr, sehr schmerzhaft. Da kommt es am Ende möglicherweise sogar auf die Zahl der Nachlader an. Das war Gerald Hönig, das ist Denik Vitek, Trainer der deutschen und Trainer der tschechischen Frauen. Ziska Hildebrandt, zehnte, sechste, zehnte, war sie bei den drei WM-Rennen hier bis jetzt. Das ist Eva Puskatschikova für Tschechien. Hildebrandt gibt den ersten Schuss ab. Ein Treffer, zwei Treffer. Ja, fünf Treffer für Franziska Hildebrandt, also sie geht jetzt in Führung vorn. Wer kann mitgehen? Scardino hat null geschossen, Puskatschikova auch. Auch Vitozzi für Italien. Anais Pescon für Frankreich. Norwegen, Marta Ulsbü, zwei Nachlader. Und jetzt Hildebrandt, 4,6 Sekunden. Vor Scardino, dann Glasrina. Puskatschikova, Vitozzi, die Polin Heunisch und Suzuki, die Japanerin, auf Position 7 mit 8 Sekunden Rückstand. Also ein großes Feld dort von Nullschützinnen. Aber Franziska Hildebrandt hat sich von ihm jetzt so einen Nachlader, sagen wir mal, rausgelaufen. Dunkley, 21. Nach dem Schießen jetzt. Die Amerikanerin brauchte zwei Nachlader. Also die Rechnung der USA, sich dort mit Susan Dunkley ganz vorne zu zeigen, die ist nicht aufgegangen. Und das ist die Serie von Franziska Hildebrandt noch einmal. Haben sie ja gerade gesehen, frisch eingesprüht die Scheiben. Da hat es ein bisschen Glück beim rechten, beim letzten rechts am Rand gelandet. Und dort sehen sie es. Die sechs Ersatzpatronen im Schaft eingesetzt. Ja, Gerald Hönig funkt das Ergebnis auf die Strecke, damit alle informiert sind, die die Strecke insgesamt absichern. Und dort kommt sie in die Abfahrt. Mit einem Vorsprung von 4,6 Sekunden auf Scardino und Glasrina, die Russin, war Franziska Hildebrandt zurückgegangen auf die Strecke. Das macht es aus. Und dann Tú an, der eine Sturm undLET Shark今回 in der Schweiz sind, und dann gehe ich dazu. Und dann geht die Strecke. Das Verfolgerfeld gemeinsam unterwegs. Das hilft ein wenig. Bespont dort hinter Scardino zum Beispiel. Da kann man ein wenig zusammenarbeiten. Da hinten gab es den kleinen Strauchler. Ich glaube, das war die Japanerin Suzuki. Da haben wir ja an die Spitze einmal gesehen. Ja, 8,2 Sekunden. Also 4,6 waren es nach dem Schießen. Franziska Hildebrandt bestätigt ihre gute Laufform. Italienerin Vitozzi 11,14 Sekunden zurück. Die müssen wir im Auge behalten, die Italienerin, Lisa Vitozzi. Die Schwächste in diesem Quartett. Aber da kommen mit Karin Oberhoff und Dorothea Vira noch zwei richtig gute. Nicole Gronté ebenfalls. Eine starke Athletin. Aber Franziska Hildebrandt macht das hier sehr gut. Hat ihr ruhiges, ihr bedächtiges Schießen im Liegenanschlag durchgezogen. Jawohl, Franzi. Sehr gutes Rennen. Franzi, du baust den Vorsprung aus. Dein Rennen so weiterlaufen. Ganz stark unterwegs. Jawohl. Genau so weiterarbeiten, oder? Das Griner, dahinter die Russin. Zwölf Sekunden. Suzuki jetzt vorgelaufen auf Position zwei. Toskatschikova 17 Sekunden zurück. Die Tschechien. Jetzt auf zwölf. Hat neun Plätze gut gemacht nach dem Schießen. Die Amerikanerin. Und da Franziska Preuß. Bekommt ihre Rennski überreicht. Beim Einlaufen sind ja noch nicht die Rennski verwendet, sondern wenn andere Ski verwendet und Patrick Werner, der Techniker, hat ihr dort ihre Rennski übergeben. Aber ein wenig Zeit hat sie noch, denn Franziska Hildebrandt muss ja noch mindestens fünfmal schießen und dann noch einmal eine Runde laufen, bevor es zum ersten Wechsel geht. Das war ein engagiertes, ein kontrolliertes Rennen von Franziska Hildebrandt bis hierhin. Und jetzt geht es zum Schießen. Geht es darum, Wind und Wetter beobachten. Den Anschlag, also die Haltung einzunehmen, immer wieder gleich, möglichst die gleichen Atemzüge, die Kopfhaltung gleich. Alles hundertmal gemacht. Nachhalten nach den Schüssen. All das ist im Idealfall automatisiert. Aber jetzt muss man es umsetzen. Einen Nachlader wird Franziska Hildebrand brauchen. Zwei sind es sogar. Jetzt die Ruhe bewahren. Nicht hektisch werden. Polen und Russland sind fertig, auch Italien wie Tozzi. Deswegen ist es laut im Stadion. Der erste Nachlader sitzt. Jetzt hat sie noch zwei für eine Scheibe. Dankle jetzt fertig. Und auch Franziska Hildebrandt ist fertig. Jetzt ist es vorbei mit der Ruhe. Jetzt muss sie zur wilden Hildebrandt werden. Heunisch jetzt voran. Glasrina, Vitozzi, Beskon, dann Rumänien, dann Marte Olsby, Susan Dante. Und dann kommt Franziska Hildebrandt auf Position 10, 18 Sekunden zurück. Direkt dahinter, Puskatschikova, die Tschechien. Also nach dem zweiten Schießen. Monika Heunisch führt, dann Glasrina für Russland, Vitozzi für Italien, Beskon für Frankreich. Tofal wie Rumänien können wir rausnehmen. Die werden nichts mit den Medaillen zu tun haben. Olsby, Dankli, USA auch nicht. Und Deutschland auf 10, 18,1 Sekunden hinter der Spitze. Die Tschechien da gerade noch gesehen auf der 12, 22 Sekunden zurück. Da stehen sie alle nebeneinander. Da hat Gerald Hönig in der Mannschaftsbesprechung noch mal darauf hingewiesen. Nicht ablenken lassen, wenn links und rechts die Schüsse fallen, wenn es laut wird. Wenn zum Beispiel, wie gerade geschehen, die Russin Glasrina in diesem Fall trifft, wenn die Tribüne reagiert. Denn die ist hier in russischer Hand. Das haben sie ja im Vorlauf vor dem Rennen von Michael Antwerpes bereits erfahren. Ja, vergesst mir die Polen nicht, hatte die Wilhelm ja vor dem Rennen angedeutet. Monika Heunisch, gute Läuferin auch, 18. Laufzeit im Einzel. Sie jetzt vorn, dahinter Glasrina und die Italienerin Vitozzi. Nach dem Schießen, Polenisch zwei Sekunden vor der Russin, vier Sekunden vor der Italienerin. Die Italienerin ist schon ran gelaufen. Dann kommt Bescon für Frankreich. Und dahinter dann Dankli. Montefall wie die Rumänen. Und dort rechts unten war dann auch schon Franziska Hildebrandt zu sehen. Der neunte hat Scardino überholt, die nach dem Schießen auf Punktion 9 lag. Jetzt sogar noch zwei weitere, auch Lisa Hauser und Marte Olskü, Österreich und Norwegen hinter sich gelassen. Also sind nur noch zehn Sekunden. Diese Lücke kann sie noch zulaufen auf der zweiten Hälfte der Runde. Nach vorn. Pistachiko war 23 Sekunden zurück. Die hat für Tschechien eine Sekunde verloren. So, vorne sind sie zusammengelaufen. Glasrina und Vitozzi haben Monika Heunisch eingeholt. Also ein Trio jetzt hier am letzten Anstieg. Vielleicht auch eine Schlüsselstelle auf der letzten Runde. Und da unten ist schon Franziska Hildebrandt. Also das Feld noch sehr dicht zusammen. Alle Favoriten sind da noch mit drin in diesem Pult. Ja, Tobi Reiter, so ist es. Franziska Hildebrandt ist die stärkste Läuferin in diesem Feld. Zumindest im Feld der Startläuferinnen. Das hat sie unter Beweis gestellt. Also ein guter Auftakt. Und Franziska Preuß ist zurück. Hatte ja ausgesetzt das Einzelrennen vorgestern. Hat gestern gesagt, ich bin heiß, ich will wieder. Ich habe richtig Bock drauf, morgen wieder einen Wettkampf zu laufen. Hat aber auch die Pause im Einzelnen völlig akzeptiert. Hat gesagt, das ist genau richtig. Ich habe das auch gemerkt, dass ich eine Pause brauchte. Jetzt also mit frischen Kräften sozusagen gleich Franziska Preuß hier. Auf Position 2. Und Klas Rina kommen gemeinsam zusammen. Das ist Magdalena Gwiston, die Nummer 2 der polnischen Mannschaft. Geht es einmal durch den Schießstand und dann hinten herum. Und dort in der Bildmitte sehen Sie die Wechselzone. Dort muss es einen deutlichen Körperkontakt geben. Ein Abplatschen auf die Schulter üblicherweise. Damit dann der folgende Läufer ins Rennen gehen darf. Und Franziska Hildebrandt als Sechste jetzt im Stadion. Also Monika Heunisch übergibt an Magdalena Gwiston, die ebenfalls sehr gute Laufform war im Einzelnen. Russland jetzt mit Daria Viroleinen, Italien mit Karin Oberhofer, die Franzosen mit Enora Latulier und die Deutschen mit Franziska Preuß. Die in den beiden letzten Staffeln jeweils auch auf der Zweige laufen ist in Antolz, als die Deutschen gewannen. Und in Oslo bei der letzten Staffel vor den Weltmeisterschaften. Als Deutschland Vierter wurde. Tschechien wechselt mit 26 Sekunden Rückstand. Jetzt Gabriela Sukalova im Einsatz für Tschechien. Die Silbermedaillengewinnerin im Einzel von vor zwei Tagen. Polen und Russland also gemeinsam auf dieser Runde. Die USA jetzt mit Hanna 30, Acker auf der zweiten Laufposition. Dann Italien, Frankreich, Deutschland. Das sind die Mannschaften, die um Medaillen kämpfen werden. Von der zweiten Seite dann vielleicht noch die Tschechien oder auf jeden Fall noch die Tschechien und vielleicht die Ukraine. Und das ist der Wechsel auf Monika Gwiston, die im Sprintrennen hier siebte war. Am ersten Tag. Am letzten Samstag. Wischdown vorne, dahinter dann die Italienerin Karin Oberhofer. Zehnte im Gesamtweltcup. Einem Podestplatz in dieser Saison. Im Dezember in Hofilzen war sie zweite im Sprint. Aber sehr konstant. Oft in den Top Ten hier bei den Weltmeisterschaften noch nicht so gut. Aber die Italiener sind exzellente Schützinnen. Da Karin Oberhofer. Das ist Magdalena Gwiston mit 35 Jahren. Eine der Ältesten im Feld. Die Älteste ist Andrea Mali, Staffläuferin der Slowenen, die ihr Rennen bereits beendet hat. Und Franziska Preuß jetzt 13 Sekunden zurück. 12 waren es beim Wechsel. In der Spitze wird gut gemittert. Aber Franziska Preuß ist zwar noch jung. Ist ja vorgestern erst 21 geworden. Aber dennoch erfahren genug, dass sie weiß, sich hier nicht in der ersten Runde schon verleiten zu lassen zum Angriff. Und schon kann die Führungsposition verteidigen, auch hier im Anstieg. Links Oberhofer, rechts unten die Rüstin Giroleinen, die ja zeitgleich fast mit der Polin hatte, gewechselt hatte. Ein wenig zurückgefallen ist. 30 Acker jetzt 9 Sekunden zurück. Danke und natürlich, die junge Französin. Bravooi, Franzi, ganz auf den Windachten beim Liegendschießen. Der Einwandfrei läuft nicht sehr gut dabei. Gut ausgezockt. Ja, und der Hinweis von Tobi Reiter auf den Windachten beim Liegendschießen. Möglicherweise hat er da auch von Gerald König die Information bekommen, dass es ein wenig aufgefrischt hat. Dass es ein bisschen weht jetzt, wenn ich aus dem Fenster schaue. Allerdings, die Fahnen nur leicht am Tänzeln, ähnlich wie beim Anschießen vor dem Rennen. Und Gewichton, die Polin stark. Bei den Polen, bei den Polinnen, kommt noch Novak Kovtasiniak, die hier schon zwei Medaillen gewonnen hat. Und dann als Schlussläuferin, Kristina Gusik. Die in allen drei WM-Rennen unter den besten 15 war. Fünfter, Achtem und Vierzehntem. Also die Polinnen, sie hatten nicht so eine gute Saison, sie sind aber Richtung WM immer besser geworden. Und überzeugen hier schon die gesamte Woche mit Top-Ergebnissen. Folgerichtig sind jetzt hier aktuell in Führung. Raufer zum Schießen. Wieder ein bisschen reingelaufen, rangelaufen. Und hier. Eine polnische Anhängerin, die sich auf der Videoleinwand entdeckt und daher die Freude. Das ist also ein einziges Liegenschießen oder einziges Liegenschießen für die zweite Gruppe. Und Gewichton auf Bahn 1 als Führende. Franziska Preuß kommt als Sechste. Oberhofer trifft viermal. Gewichton zwei Fehler. Bei Oberhofer geht der letzte daneben. Viroleinen für Russland geht in Führung. Gewichton drei Fehler. Und Franziska Preuß muss einmal nachladen. Also Italien geht raus und Polen muss in die Strafrunde. Franziska Preuß, der Nachlader. sitzt. Also Viroleinen vorn. Dahinter Italien. Und Polen geht in die Strafrunde. Mindestens einmal Deutschland, Frankreich fertig. Auch Weißrussland. Die Ukraine und Kanada. Rumänien hält sich nach wie vor. Dort vorne dann Zucalova. Also Tschechien jetzt vor Deutschland. Österreich und Weißrussland auf der 7. Frankreich direkt dahinter auf der 8. Und das war Sinovo Solendal. Die mit drei Nachladern für Norwegen durchgekommen ist. Franziska Preuß, 17 Sekunden zurück. Einen Nachlader hat sie gebraucht. Norwegen's Volendal, 49 Sekunden der Rückstand auf Position 12. Also die Russinnen jetzt zusammen mit Italien vorne. Und Tschechien durch Zucalova schießen. Auf 4. Gemeinsam mit Franziska Preuß. Zucalova jetzt unterwegs. Pisareva für Weißrussland auf der 7. Und das ist Daria Viroleinen. 15. im Gesamtweltcup. Zweitbeste Russin und das ist der Blick noch einmal auf Franziska Preuß. Die Russinnen haben hinten mit Ekaterina Jurlova noch die Einzelweltmeisterin von vorgestern. Und Ekaterina Schumilova, die am Wochenende ja schon Vierte wurde in der Verfolgung. Viroleinen verliert jetzt auf der Strecke wieder etwas, wie schon auf der Runde zuvor. Gegen Oberhofer. Und dort hinten wird noch getestet. Sehen Sie es da? Besten Skitechniker noch für die späteren Läufer. Ich glaube, das waren es bei Norweger. Zucalova, jetzt schon vorbei an der Rumäne. Und da hinten auf 3 und direkt dahinter Franziska Preuß auf Position 4. Und dahinter Latouillère, auch schon dran an der Rumänien. Genau, hol dir den Windschatten von Gabriela Sukalova. Die Sache war 23 Sekunden ihr Rückstand. Sie hat ein wenig verloren auf die Spitze. Bei Franziska Preuß waren es 17, sind jetzt 15. Und Vanessa Hinz, die dritte deutsche Läuferin, ist dann im Aufwärmbereich angekommen. Eine Aufwärmrunde auf der anderen Seite des Stadions, wo sich die Läufer ein wenig einlaufen können erst. Und dann geht es irgendwann in den Aufwärmbereich. Zur wirklich letzten Phase, bevor es ernst wird. 12 und 14 Sekunden sind sie jetzt nur noch weg von der Spitze. Was du sehr gut gemacht jetzt da, genauso weiter jetzt. Genauso. Schönerstand und Lauf, hast du noch heute Nacht? Jawohl, genauso. Und für Oberhofer beginnt jetzt schon die Vorbereitung, die gedankliche auf das stehend Schießen. Jetzt nach dieser Brücke geht es dann in der Rechtskurve rein ins Stadion. Gabriela Tsukalova. Zwei Medaillen hat sie hier schon gewonnen. Die Silbermedaille im Einzel- und die Goldmedaille mit der Mix-Staffel. War im Eröffnungstag der Weltmeisterschaften vergangenen Woche Donnerstag. Frau Oberhofer, die hat die Bronze-Medaille mit der Mix-Staffel gewonnen. Bei den Olympischen Spielen in Sochi. Also, auch sie ist erfahren im Umgang mit großen Ereignissen, mit Wettkampf-Situationen. Und dort Franzi Preuß auf Bahn 4. Fehler Oberhofer. Zwei Fehler. Nach dem zweiten Schuss hat Oberhofer ihren Rhythmus gefunden. Aber auch die Russen hat schon zweimal daneben geschossen. Auch Franziska Preuß, Gabriela Tsukalova. Schon vier Treffer. Italien droht die Strafrunde. Tsukalova geht in Führung. Ein Nachlader für Preuß. Und auch Viroleinen droht die Strafrunde. Zweiter Nachlader Franziska Preuß. Oberhofer kommt mit drei Nachlader davon. Franziska Preuß mit zwei Nachladern. Was ist mit Viroleinen? Die kämpft um den letzten Schuss gegen die Strafrunde. Muss Russland jetzt in die Strafrunde? Weißrussland geht auf jeden Fall in die Strafrunde. Russland nicht. Also Tschechien jetzt sieben Sekunden vor Italien. Dann 14 Sekunden Preuß. Dann Piszkoran, die Rumänen. Dann die Österreicherin Stoets. Und dann Latouillier, die Französin. Viroleinen, die Russin hat viel Zeit verloren am Schießstand. Juma 27 Sekunden zurück für die Ukraine. Und Weißrussland ist in der Strafrunde. Naja, Jasja, Pisareva. Ist tatsächlich in die Strafrunde gegangen. Auch für Polen geht es in die Strafrunde erneut. Die Polinnen fallen jetzt also weit zurück. Und Norwegen mit Zylindal 54 zurück. Polen zweimal in die Strafrunde. Da können dann auch Nowakowska, Sinniak und Busik hinten raus nichts mehr retten. Pisareva eine Minute vier zurück. Zwölfte die Weißrussinnen. Da kommen noch Ryoko, die ja in einen exzellenten Einzelwettkampf gelaufen ist. Und Daria Domraceva, die natürlich hoch einzuschätzen ist. Tschechien, Italien, Deutschland, Rumänien immer noch auf Position vier da vorne mit nur drei Nachladern. Stark. Dann Österreich, dann Frankreich. Russland durch Virolein ins Nachlader. Zurückgefallen auf 7, 24 Sekunden zurück. Und Gabriela Sukalova hat die Favoriten nach vorn gebracht. Hier Franziska Preuß. Jetzt nochmal in Ruhe. Da links der Fehler. War auch relativ weit weg. Hier gibt es das Nachladen. Fünf, sechs Sekunden im Idealfall. Dauert es, bis dann der nächste Schuss abgegeben wurde. Da rechts hoch der Fehler. Aus der Bewegung wird ja geschossen. Im stehenden Anschlag mit der Atmung die Waffe ins Ziel gedrückt. Und wenn es dann schwarz wird durch den kleinen Diopter, dann muss man abdrücken. Franziska Preuß mit insgesamt drei Nachladern. Ganz gut durchgekommen. Ja, Gabriela Sukalova. Sie ist der Grund dafür, dass ihr Trainer Stenek Vitek seit gestern Glatze trägt. Seit vorgestern. Er hat vorher gesagt, wenn eine tschechische Frau eine Medaille holt, dann könnt ihr mir den Kopf rasieren. Stenek Vitek am Schießstand. Allerdings verbirgt er diese Glatze unter einer roten Mütze. Vielleicht sehen wir ihn nachher nochmal beim Schießen der Tschechien. Da wurde Hand angelegt. Da wurde rasiert nach dem zweiten Platz von Sukalova vor. Zwei Tage. Dann schnaufst du mal sauber durch, dann greifen wir nochmal um am letzten Stieg. Auf drei. Das sind zwölf nach vorn. Hopp, hopp. So, zwölf nach vorn. Es waren 14. Also, das ist stark. Und Oberhofer drei Sekunden hinter Sukalova. Das waren sieben. Jetzt kommt Latourier. 22 Sekunden zurück. Der Abstand gleich geblieben. Virulein in 23 Sekunden. Das waren 24. Und Gabriela Sukalova, das Glamour-Girl des tschechischen Biathlons. Zwei Medaillen hat sie, wie gesagt, hier schon gewonnen. Zwei bei den Olympischen Spielen in Sochi vor einem Jahr. Silber mit der Mix-Staffel. Silber im Massenstart. Ja, ja, Franzi, hopp und hopp. Komm, komm. Jetzt nochmal mobilisieren oben raus. Jawohl. Jetzt sind es nur elf. Du hast schon gut gemacht. Jede Sekunde falten. Mobilisieren jetzt. Auf geht's. Groß und drauf. Groß und drauf. Vollkampf. Ja, am liebsten würde er mitlaufen da, der Tobi Reiter. Ist schon stark, was die Trainer auch auf der Strecke dort anbieten. Wie sie mitfiebern, wie sie mitarbeiten. Wie sie den Sportlerinnen helfen. Franziska Preuß, vor zwei Tagen 21 geworden. Was sie denn geschenkt bekommen habe, wurde sie gefragt. Ja, hauptsächlich Süßigkeiten, sagte sie dann. Sie weiß auch gar nicht, warum sie so als Naschkatze gilt. Ich habe mich aber trotzdem darüber gefreut. Und vielleicht hatte ja der Zucker, den sie dann da aufgenommen hat, jetzt noch ein bisschen mehr Power verliehen. Die noch ein bisschen mehr Schmack ist, um da diese Lücke zuzulaufen. Das war Nicole Gontier im Vordergrund. Die Italienerin. Und Oberhofer mit einer überragenden Runde vorbeigegangen an Zucalova. Also Italien jetzt ganz vorn. Zucalova wirkte ein bisschen ausgepowert. Jetzt Jitka Landova. Auf der 3, der tschechische Schwachpunkt. Und Vanessa Hinz für Deutschland. Auf Position 3. Die Kalienerinnen machen das herausragend bis jetzt. Und da kommt ja die beste Dorothea Vira noch. Auf der Schlussposition. Die hatten ihre vermeintlich schwächste. Ist ja auch immer eine Frage, was die Papierform und was die Rennform hergibt. Lisa Vitozzi bereits auf der 1. Kurzer Strauchler von Franziska Preuß. Vor der letzten Kurve vor diesem Rechtsbogen. Italien also. Oberhofer auf Gontier. Wechselt zur Rennhälfte in Führung liegend. Zwei Sekunden dahinter. Gabriela Zucalova auf Jitka Landova. Und dann Franziska Preuß auf Vanessa Hinz. 9,3 Sekunden sind es nur noch. Und Franziska Hildebrandt ist beim Interview. Jessie Wellmer, bitte. Ja, die Startläuferin ist bei mir. Franziska Hildebrandt. Sehr schnelles, sehr kontrolliertes Rennen. Abgesehen von diesen beiden Nachladern beim 2. Schießen. Was war es da? Ein bisschen Ablenkung? Ne, es waren einfach, ja, es waren zwei Fehler. Zum Glück auch dann jeweils gleich mit einem Nachlader getroffen. Und das hat mich dann schon wieder ganz fröhlich gestimmt. Würden Sie sich dann jetzt doch überreden lassen, die Startposition zu Ihrer Lieblingsposition zu erklären? Es gab ja so viel Gerede darum. Sie waren nicht so begeistert jetzt vielleicht in Zukunft noch? Ja, es ging ja auch gut los. Also mit dem Liegenschießen war ich voll zufrieden mit keinem Nachlader da. Und läuferisch habe ich mich auch ganz gut gefühlt. Dann natürlich beim Stehenschießen gleich wieder zwei Scheiben stehen zu lassen. Das ist halt immer so ärgerlich. Eigentlich hätte ja einer auch gereicht, weil dann kommt man direkt unter Zugzwang, dass man jetzt doch mit jedem Nachlader möglichst treffen muss. Und das ist mir dann zum Glück auch gelungen. Aber naja, einer hätte eben auch gereicht. Vielen Dank. Dankeschön. Tja, und dann haben Sie es gesehen, möglicherweise noch missgeschickt beim Wechsel. Irina Kriyuko hat gedacht, auf ihrer rechten Seite wird sie abgeklatscht. Dann kam Pisa Rewa von der anderen Seite. Und dann treten sie sich gegenseitig auf den Skisturz. Ganz schlechter Auftakt. Ja, und jetzt weiß sie gar nicht, haben wir uns eigentlich schon berührt oder nicht? Ja, ja, wir haben wohl schon. Dann läuft sie los. Also ganz schlechter Wechsel. Es wird auch immer wieder gefragt, wird das trainiert, diese Wechsel? Es wird im Prinzip ehrlich gesagt nicht trainiert. Sondern da verlässt man sich einfach drauf, dass das funktioniert. Kommt auch selten vor, aber es kommt eben auch immer mal wieder vor. Jetzt schauen wir also Italien knapp vor den Tschechien. Deutschland auf drei, Frankreich auf vier. Grafik ist zu schnell für mich. Russland auf fünf. Rumänien immer noch auf sechs. Dann auf der sieben die Ukraine. Ja, und von den Favoriten, die Weißrussen, auf Position zwölf. Eins, elf zurück. Und die Polinnen mit schon drei Strafrunden abgeschlagen auf der 21, zwei Minuten 16. Jetzt schon der Rückstand. Dann ziehst du jetzt erst mal sauber hin. Das sind noch zwei, drei Sekunden, du siehst das eh. Kommt, orientier dich nur nach vorn. Druck noch sauber drauf. Schwung mich nicht mehr, dann bist du fast zu dran. Ja, 4,4 Sekunden ist sie dran. 9,3 waren das nach dem Wechsel. Vanessa Hinz war ja läuferisch auch sehr gut drauf im Einzel mit der 22. Laufzeit. Allein am Schießstand. Da hat es bei dieser WM für sie noch nicht so gut hingehauen. Natürlich sind wir auf der 4,18 Sekunden zurück. Dann Yolova, die Einzelweltmeisterin. 29 Sekunden der Rückstand. Und jetzt ist Vanessa Hinz dran, ja, am Schießstand. Da haben sie dann gestern eben nochmal eine Einheit komplett sich hier aufs Schießen konzentriert. Tobi Reiter und sie haben verabredet, dass sie sich Schlüsselmomente setzen soll. Dass sie bewusst schießen soll. Dass sie, immer wenn sie das Ziel sieht, nochmal gefühlt eine zehntel Sekunde länger das Ziel anvisiert. Und dann erst abdrückt. Immer wieder, immer wieder hat sie geschossen. Jetzt siehst du das erste Mal, die hast du läuferisch in den Taschen. Schön vorbereiten, jetzt auf Schießen, auf den Wind achten, einmal frei. Super Einstieg, jawohl. Und sie soll jetzt eben diese gestern gesetzten Schlüsselmomente sich wieder abrufen. Und sich auf das Schießen konzentrieren, was sie ja gut kann. Sie ist vor allem liebend eine exzellente Schüksin. Nur bei diesen Weltmeisterschaften, da hat es eben immer noch nicht ganz so gut geklappt. Frankreich 17, Russland 27 Sekunden zurück. Also die machen auch beide Foden gut auf die Spitze. Auf Nicole Gontier. Die die Konkurrenz ein wenig heranlässt. Rumänien jetzt mit Reka Ferenc. Die fallen jetzt so langsam aber sicher zurück. Und Hinz ist dran an Gontier und vorbei an Landova. Kommt jetzt hier möglicherweise sogar in Führung liegend zum letzten Schießen. Vanessa Hinz 2012 beim Deutschen Skiverband hat sie ein Schnupperschießen gemacht. Ist vom Langlauf zum Biathlon gewechselt. Es ist ja auch noch gar nicht so lange her. Und dann in dieser Saison, da war sie dann schon einmal vierte sogar. In Novemiesto in der Verfolgung. Im Februar war das. Beim ersten Weltcup-Sieg übrigens von Laura Dahnwey. So, jetzt hat sich Landova wieder vorbei gemogelt. Im Anlaufverhalten an den Schießstand ist natürlich auch jede Biathletin dann ein wenig anders. Mit wie viel Kraft geht man daran? Wie lange arbeitet man? Wie hart? Der Puls darf ja nicht zu tief fallen. Damit er nicht zu hart wird. Damit die Schläge nicht zu stark werden. Und sich zu sehr auf die Waffe übertragen. Der italienische Trainer Zingerle. Und jetzt also. Zu dritt sind sie dort. Gidka Landova, Vanessa Hinz und Nicole Gontier in der Mitte. Treffer Hinz. Fehler. Gontier. Na wenn das kein Schlüsselmoment war. Bitte, bitte. Das lohnt sich doch. Das ist doch dann hervorragend, wenn es sich so auszahlt. Wenn man eine Trainingseinheit komplett aufs Schießen ausrichtet. Und dann wird Null geschossen. Italien und Tschechien jeweils mit zwei Nachladern schon. Auch Bresas. Auch Yolova haben schon daneben geschossen. Das ist jetzt die Chance für Vanessa Hinz. Gontier kann folgen. Bresas und Landova droht jetzt jeweils die Strafrunde. Für Bresas sieht es ganz bitter aus. Yolova kommt mit einem Nachlader weg. Ist hinterher. Was ist mit Lidka Landova? 22 Sekunden der Vorsprung von Vanessa Jens. Landova vermeidet die Strafrunde. Aber Frankreich muss mindestens einmal in die Strafrunde. Rumänien 0. 33 Sekunden der Rückstand von Yolova. 40 der von Abramova. 43 der von Landova. Eine Strafrunde für Frankreich. 150 extra Meter. Gut 20 Sekunden dauert das. Rumänien immer noch nur 52 Sekunden zurück. Fanny Horn mit einem Nachlader für Norwegen. Und Kryoko, die Weißrussin, jetzt ohne Nachlader. Nach dem Sturz beim Wechsel. Aber dennoch natürlich schon abgeschlagen. Norwegen Fanny Horn auf der 7. Norwegen ist die Großläuferin, Kirill Eckhoff. Die Franzosen auf der 8. 1.18 zurück mit einer Strafrunde jetzt. Aber Vanessa Hinz, was für ein tolles Schießen war das für sie. Und es ist nicht so, liebe Zuschauer, als sei das jetzt hier eine große Überraschung. Laura Dahlmeier, die deutsche Schlussläuferin. Da feuert sie sie nochmal an beim Rauslaufen aus dem Stadion. Es ist nicht so, dass das jetzt eine große Überraschung war. Denn sie hat schon so gut geschossen in dieser Saison. Mehrfach, immer wieder, nicht umsonst. Ja, die Trefferquote liegen 91 Prozent. Nur hier bei der WM eben nicht. Und nun also liegen die Deutschen deutlich in Führung. 1995 in Antols wurde Deutschland erstmals Weltmeister. Eine deutsche Frauenstaffel stand danach 13 Mal hintereinander, immer auf dem Podest. Achtmal insgesamt waren sie Weltmeister. Und jetzt ist die Lücke schon so groß, dass die Helfer so ein bisschen Schnee rausräumen können zwischen Vanessa Hinz und der Nächsten. Das dürfte Gontier sein. Und dann aber mit den letzten beiden großen Ereignissen. Da lief es nicht so gut. In Novomiesto wurden sie fünfte in Sochi. Sogar nur elfte vor einem Jahr bei Olympia. Das waren die Umbruchjahre. 25 Sekunden. Der Abstand, drei Sekunden hat Vanessa Hinz gut gemacht auf die Italienerin. Wie gesagt, das waren die Umbruchjahre. Und der Umbruch, er läuft auch noch. Er dauert noch an. Vanessa Hinz ist 22, 21 ist Franziska Preuß seit zwei Tagen. 21 ist Laura Dahlmeier. Einzig Franziska Hildebrandt ist zumindest ein wenig älter, aber auch erst 27. Das ist ein Alter, in dem viele andere gerade erst durchstarten, ihre ersten Erfolge feiern. 29 Sekunden von 22 ausgebaut. Weiter der Vorsprung von Vanessa Hinz. Das sah natürlich eben ein wenig langsam aus auf den ersten Eindruck. Aber es ist eben dieser steilste Berg. Und sie läuft ein sehr, sehr gutes, ein kontrolliertes, dosiertes Rennen. Der fällt mir sehr gut. Wie vorher Franziska Hildebrandt, wie Franziska Preuß. Hildebrandt war 42 Sekunden zurück. Sie hat ein wenig Zeit gut gemacht im Vergleich zu Hinz. Sie war 43 Sekunden zurück. Abramo war die Ukrainerin. 44 Sekunden zurück. Die Ukraine ja mit Valentina Semerenko als Schlussläuferin. Auch Semerenko, Medaillengewinnerin hier bei diesen Weltmeisterschaften. Bronze im Sprint, hatte die gewonnen. Also da kommen noch ein paar Hochkaräter hinten raus. Aber die Deutschen ja mit Laura Dahlmeier, auch einer Medaillengewinnerin, Silber, in der Verfolgung. Hatte die ja gewonnen. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn jetzt geht es zum Stehenschießen für Vanessa Hinz. Auch das gestern immer wieder geübt. Immer wieder hat Tobi Reiter sie angesprochen. Sagt, nur der Finger bewegt sich. Nur der Finger, auch wenn mal einer daneben geht. Nicht mit der rechten Schulter gegen den Schaft drücken. Immer nur mit dem Finger ganz ruhig bleiben im Körper. Und sie haben sich ausgetauscht. Haben da wirklich nochmal ganz genau drauf geachtet. Und dran gearbeitet an diesem Schießen. Jetzt kommt es drauf an. Ein Nachlader. Sie kommt mit dem Ein-Nachlader von Vanessa Hinz. Das ist fantastisch. Das ist wirklich ein fantastisches Comeback von Vanessa Hinz heute hier. Sie geht weiter in Führung. Sie baut die Führung weiter aus. Und Gontier beginnt mit einem Fehler. Aber Jurlova, die schießt jetzt schnell und sicher. Fünf Treffer in einem Wahnsinnstempo. Jurlova verkürzt den Abstand auf Hinz. Gontier schießt zweimal daneben. Braucht zwei Nachlader. Was ist mit Titka Landova? Auch Kriyeko jetzt zwei Nachlader. Nein, natürlich nicht Kriyeko, sondern Abramova, die Ukrainerin. Und Landova steht immer noch da. 20 Sekunden der Abstand zwischen Deutschland und Russland. Und jetzt Landova die Strafrunde droht. Sie hat noch zwei Schuss für zwei Scheiben. Da ist die Strafrunde für Tschechien. Italien 37 Sekunden zurück. Auf der drei. Und auch die Ukraine geht in die Strafrunde. Also Deutschland, Russland, Italien. Ein Trio hat sich abgesetzt, hat sich Luft gemacht. Vanessa Hinz. Da rechts knapp der Fehler. Da hat sie auch noch Pech gehabt. Und Sie sehen es, nur der Finger bewegt sich. Nur der Finger bewegt sich. Wie es Tobi Reite gestern gebetsmühlenartig eingetrichtert hat. Jetzt ganz schnell, ganz cool. Nachgeladen. Einatmen, ausatmen, anhalten. Rein das Ding ins Schwarze. Also, das ist die Reaktion von Franziska Preuß. Und jetzt ist sie zum Interview. Ja, Franziska Preuß, erst mal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Sie sind 21 geworden. Was sagen Sie denn zu Ihrem Nachgeburtstagsrennen? Ja, ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit dem Rennen heute. Ich war froh, dass ich nicht als Erster dann losgelaufen bin. So findet man erst mal schön ins Rennen rein. Ich kann erst mal dahinter bleiben. Und ja, am Schießstand mit drei Nachlader. Es sind zwei, drei Nachlader. Ich glaube, für Strafflüsse ist schon in Ordnung. Und ja, ich war echt voll nervös vor dem heutigen Rennen. Und ja, ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem. Sie haben eine super Laufzeit, zweitbeste Laufzeit. Hat die Pause da doch gut getan, die Pause im Einzelnen? Ja, ich glaube, das war jetzt schon wichtig. Und ja, ich habe mich halt auf der Strecke gleich gut gefühlt, schon als ich losgelaufen bin. Und all die Leute waren wieder super präpariert halt. Und ja, das macht dann Spaß, wenn man einfach merkt, man kann auf der Strecke was gut machen. Vielen Dank für den Erfolg heute. So, jetzt sind wir gespannt auf der Schlussrunde. Wie viel Pfeffer hat Vanessa Hinz noch drin? Schaut um von der Frequenz. Schaut um jetzt. Du noch mal schneller hin und her. Schneller hin und her. Vorsprung ausgebaut. Genau so. Komm jetzt. Andy Stitzel, es ist immer wieder eine Freude. Der hat auf jeden Fall immer genug Pfeffer drin. 20 Sekunden war der Abstand zwischen Vanessa Hinz und Ekaterina Jolova nach dem sechsten Schießen. Und Sie sehen es unten, die 20 Sekunden sind schon durch. Sie baut den Vorsprung der deutschen Mannschaft weiter aus. Fast 25 Sekunden sind es jetzt. Und dahinter Gontier für Italien. Noch einmal diesen Berg hinauf. Das letzte Mal, Vanessa. Und auf geht's. Auf, hopp, 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 hopp. Ein, auf und hopp. Bravo, raus. Komm, hopp. Und da haben wir Laura Dahlmeier, die sich vorbereitet auf ihren Einsatz als Schlussläuferin. Zum vierten Mal hintereinander als Schlussläuferin einer deutschen Staffel. In Antolz im Januar. Da hat sie auf der 4 die deutsche Staffel als erste ins Ziel gebracht. Jolova 24 Sekunden. Jetzt bleibt der Abstand gleich. Also im ersten Teil der Runde. Da konnte Vanessa Hinz ein paar Sekunden abknöpfen. Und hier 49 Sekunden zurück. Die verliert weiter. 37 waren das nach dem Schießen. 44 an der ersten. 49 an der zweiten Zwischenzeit. Frankreich. Und Norwegen. 1,13. Und 1,16 zurück. Abstand da. In etwa gleich geblieben auf die Spitze auf Vanessa Hinz. Da sehen Sie es. Der Abstand nach vorn. Dort steht die Schweizerin Lena Hecchi noch im stehenden Anschlag. Wird jetzt überrundet. Jetzt das letzte Mal vorbei am Schießstand. Der heute wieder ihr Freund geworden ist. Mit dem sie sich versöhnt hat. Und dort Laura Dahlmeier dahinter. Rechts Dorothea Wira. Die Italienerin. Und für Russland Ekaterina Schumilova. Das sind gleich die ersten drei. Auf geht's. Laura Dahlmeier. Vor zwei Jahren bei der WM in Novemiesto. Da ist sie das erste Mal überhaupt im Weltcup gestartet. Als Nachrückerin. Ihr erstes Rennen. Das war das Staffelrennen. Da ist sie überragend gelaufen. Hat keinen einzigen Nachlader gebraucht. Es war ein Raketenstart in den Weltcup. Auch wenn die Staffel am Ende nur auf Platz 5 gelandet war. An Laura Dahlmeier lag es an diesem Tag nicht. Und da der Vorsprung hinten raus. Ist ja noch einmal gewachsen. Vanessa Hinz. Sie hat ihn auf 30 Sekunden ausgebaut. Hat 10 Sekunden noch einmal rausgelaufen. Und jetzt Ekaterina Julova hat abgegeben. Auf Ekaterina Schumilova. Vanessa Hinz vom Schliersee in Rupolding. Lebend und trainierend. Erste WM-Teilnahme. Was für ein Rennen von ihr. Eine Minute zurück jetzt Italien. 37 waren das nach dem Schießen. Dorothea Wierer. Ein wenig unglücklich war sie. Um weniger als eine Sekunde hat sie das Podest verpasst nach dem Einzelrennen. Als Viertplatzierte. Jetzt hat sie die Chance für Italien eine Medaille zu holen. 18 Sekunden Vorsprung haben sie vor Frankreich. 24 vor Norwegen. Also. So langsam aber sicher nähern wir uns hier der Entscheidung. Wir verabschieden uns ganz kurz nach Deutschland. Und sind dann gleich wieder zurück in Konjulach. Die Daria Domradsche war unterwegs für Weißrussland. Eigentlich wollen wir doch alle das Gleiche. Grüne und günstige Energie. Aber müssen wir dafür wirklich überall neue Stromleitungen bauen? Hallo. Hallo. Und wie aufwendig wird das? Sag mal E.ON. Habt ihr auch Lösungen wie Umwelt und Geldbeutel schon? Hallo Frau Jung. Eine unserer Lösungen? Intelligente Trafos. Die bauen wir landauf, landab in unsere Stromnetze ein. So können sie grüne Energie effizienter aufnehmen. Und Deutschland braucht weniger neue Leitungen. Damit sichere und saubere Energie bezahlbar bleibt. Das war die Ansage an Laura Dahlmeier vom Trainer von Andreas Stitzel. Laura Dahlmeier mit der zweitbesten Laufzeit hat sie das Einzel beendet vor zwei Tagen als Sechste. In den letzten sieben Rennen bei der Weltmeisterschaft und davor im Weltcup immer unter den Top Ten. Sie ist in der besten Form ihrer noch so jungen Karriere. Und das ist die Russin Schumilova, die im Einzel geschont wurde. Sechste und vierte war am Wochenende im Sprint und Verfolgung. Der Verfolgung, der auf der Schlussrunde sogar auf Platz drei liegend hinausging und dann stürzte. Und Schumilova hat jetzt schon zehn Sekunden auf Laura Dahlmeier verloren. Also berühmt wird Laura Dahlmeier heute auf jeden Fall. Denn sie hat ein dickes, fettes Polster, das sie zu Gold tragen kann, das aber auch zu einer Last werden kann. Sie muss einfach nur ihr Ding durchziehen. Das kann sie, sie ist so unbekümmert. Sie ist so cool. 44 Sekunden, jetzt sind es schon 14 Sekunden, die sie verloren hat. Und dort unten Vira und dahinter Marie-Dorin Habert, die Schlussläuferin der Franzosen. Zweimal Gold hat die ja gewonnen am Wochenende in Sprint und Verfolgung. Im Einzel dann auch ausgesetzt, so wie Schumilova, die Russin. Vira ist alle Rennen gelaufen. Diese Kummer sehen wir in der orangenen DSV-Jacke dort am Rand. Ich glaube mit Andi Stitzel dahinter, die ziehen sich dann immer so ein bisschen in den Schatten zurück. Und wenn die Läufer kommen, dann zieht es Andi Stitzel auch wieder runter an die Strecke. Die Verfolgung wird auf Großbild einwenden im Wald, das Rennen geschehen. So, lassen sie sich nicht irritieren. Die beiden Läuferinnen im Hintergrund sind überrundete. Laura Dahlmeier hat viel Zeit. 45, vielleicht 50 Sekunden. Da sollte sie eigentlich schon wieder weg sein, bevor Ekaterina Schumilova überhaupt an den Schießstand kommt. Als Schülerin beim Ringe-Wertungsschießen mit dem Luftgewehr fing sie an. Da war sie immer die Letzte, da war sie immer die Schlechteste. Da dachte sie, schießen, das lerne ich nie. Und dann, als die Umstellung kam zum Kleinkaliber im Juniorenbereich, da ging es dann fast wie von selbst. Die ist die sicherste Schützin in der deutschen Mannschaft. Und sie hat es hier unter Beweis gestellt. Jetzt kommt Schumilova. Und Laura Dahlmeier, die ist schon auf der Runde. Die ist schon weg. Und da hinten Daria Domraceva und Tiril Ekhoff. Schumilova muss einmal nachholen. Und unten läuft die Uhr für Laura Dahlmeier. 41, 42 Sekunden. Tick, tack. Vira hat schon dreimal geschossen. Schießt immer super schnell. Geht jetzt gemeinsam mit Schumilova auf die Runde. Dorin Haber muss mindestens einmal nachladen. Domraceva zweimal nachladen. Jetzt Dorin Haber. Domraceva ist da. Über eine Minute jetzt der Vorsprung von Laura Dahlmeier vor dem letzten Schießen. 1,03, 1,04 geht Russland und Italien raus. Und alle, wie sie da liegen, müssen nachladen. Domraceva zweimal. Dorin Haber nach zwei Nachladern zurück auf der Strecke. Und Laura Dahlmeier, wie cool hat sie das gemacht mit 21. So wie bei ihrem Debüt in Nove Miesto vor zwei Jahren. Als sie aus dem Nichts kam von der Junioren-WM, wo sie dreimal Gold gewonnen hatte. Und dann wurde sie dorthin in den Weltcup berufen. Und Vanessa Hinz ist sicherlich entsprechend zufrieden beim Interview bei Jessie Wellmer. Sie haben für einen unheimlich wichtigen Moment gesorgt, super Rennen. Nach dem ersten Schießen fehlerfrei sind sie als erste rausgegangen. Was ging da in Ihnen ab in diesem Moment? Ich muss mir vorstellen, das muss mindestens ein leises Juchzen gewesen sein. Ja, ich war sehr froh, dass ich mit 0,5 und einem richtig guten Gefühl vom Schießstand weggange bin. Gerade, wo es in den letzten Tagen für mich nicht so gelaufen ist. Ich habe schon am Anfang gemerkt, hey, die anderen sind gar nicht so schnell. Ich konnte gut ranlaufen und bin dann eher ein bisschen dosiert gelaufen, so an Schießstand ran. Und das hat mir voll gut taugt. Und dann haben wir aber schon die Knie gezittert vom Stehenschießen. Wann würden Sie denn sagen, das ist jetzt eine gute WM für mich gewesen? Ist es das jetzt schon oder muss die Laura das jetzt doch noch schnell nach Hause laufen? Ja, toll. Das ist eine Medaille, glaube ich. Dann wäre ich schon super happy. Und ich bin aber für mich, ist es jetzt schon eine persönliche WM oder ein schöner Abschluss, weil ich einfach am Schluss noch einen guten Wettkampf gezeigt habe, wo es davor nicht so lief. Und auch gerade im Team ist es schön, wenn man dann seine tolle Leistung bringen kann. Vielen Dank. No. Laura Dahlmeier hat sich eine gute Malung ausgesetzt. Sie ist ja erst in Pockeljuka in die Saison eingestiegen nach ihrem Kletterunfall aus dem Sommer. Mit Bänderriss und Einblutungen. Wie gesagt, er ist später in die Saison eingestiegen, dann hat sie noch einmal in Oberhof ausgelassen, sagt, das tut mir gut, das hat mir gut getan. Ein paar weniger Rennen, die Top-Athleten, sagte sie gestern, die Top-Athleten, die mussten ja alle Rennen laufen, die sind ein bisschen kaputter. Auch das ist ein tolles Indiz dafür, wie sie sich selbst wahrnimmt, wie bescheiden sie ist, denn sie ist ja eine Top-Athletin, sie hat hier schon eine Medaille gewonnen, sie ist 8. im Gesamtweltcup. Spricht aber von den anderen noch voller Hochachtung von Top-Athleten, 1,29, Dorin Habert zurück, also Abstand ungefähr gleich geblieben, war 1,30. Die anderen haben 6, 7 Sekunden verloren, Schumilova und Vira. Der Koff mit Norwegen, 1,45 zurück und dann Daria Dombraceva, 1,51 zurück, dahinter Semerenko mit 1,52. Es sind jetzt genau die Nationen dort auf den ersten Positionen, die man da erwartet hat. Und die Deutschen sind deutlich, deutlich vorn, 1,13 vorn. Meine Damen und Herren, zu Hause, wenn Sie beim Abendessen sitzen, dann legen Sie jetzt bitte das Brot zur Seite, wischen Sie sich die Hände sauber, klappen Sie Ihre Laptops zu, machen Sie das Bügeleisen aus, bitte. Begeben Sie sich vor den Fernseher und seien Sie bereit, seien Sie bereit zum Jubel. Denn jetzt hat Laura Dahlmeier nur noch 5 Schuss ins Ziel zu bringen, auf dem Weg zum 9. Staffelgold für eine deutsche Frauenstaffel. Ich erhebe mich in meiner Kabine, auf der letzte Sitz, ja, Laura, ja, das ist die Goldmedaille für die deutsche Staffel. Und strahlend, lachend, jubelnd verlassen Sie dort den Schießstand. Es ist eine Ehrenrunde, die Schlussrunde, sie wird zur Ehrenrunde. Ist das ein Tag für das deutsche Frauenbiathlon. Nach dem 11. Platz vor einem Jahr in Zocchi, überlegen Sie, wo diese Mannschaft herkommt, triumphieren Sie jetzt in unglaublicher Manier in diesem Staffelrennen. Und es war kein Windrennen, es war kein Rennen auf schlechtem Geläuf. Sie waren heute mannschaftlich einfach so was von herausragend. Aber hier, hier geht es doch was. Und noch etwas Silber, um Bronze. Und vielleicht um Blech, Marie-Dorin-Aber, die hat mächtig aufgeholt, ist dran. Vira, die Schnellschütze entstehen. Aber jetzt mit einem Fehler. Schumilova hat schon zweimal daneben geschossen. Jetzt kann Dorin-Aber möglicherweise auf Silber laufen. Vira ist weg, Dorin-Aber auch. Die beiden, wird es ein Zweikampf um Gold und Silber? Oder kann Schumilova nochmal ranlaufen? Nein, das glaube ich nicht. Das dauert jetzt schon zu lange. Um Silber und Bronze natürlich der Zweikampf hier. Denn Gold ist vergeben. 1,22. Der Vorsprung von Laura Dahlmeier nach diesem Schießen. Eckhoff bleibt fehlerfrei. Dom Ratschewa muss nachladen. Schumilova ist 10 Sekunden hinter Frankreich und Italien. Und Dom Ratschewa steht dort immer noch. Das ist nicht ganz unwichtig für Eckhoff und auch für Senerenko. Und dort die Gratulationen. Jean-Paul Jacquinot nimmt Gerald Hönig in den Arm. Der französische Trainer, den deutschen Trainer. Und jetzt kommt Dom Ratschewa für Weißrussland als Siebte hinaus. Also die Gesamtweltcup-Führende bleibt weiterhin ohne Medaille bei diesen Spielen. Und Germany auf der 1, 1,22 vor Frankreich trotz Strafrunde dort. Und dann Italien, Russland, Norwegen, die Ukraine und Weißrussland. Das die ersten acht. So, kniet er nieder an die Stitzel. Eigentlich muss er doch niederknien. Und man sieht es weiterhin, wie sie lachend dort hineinläuft. Laura, frei übersetzt heißt das, die, die den Lorbeerkranz trägt. Und genau den setzt sie sich heute auf. Gemeinsam mit Vanessa Hinz, mit Franziska Hildebrandt und Franziska Preuß. Und hier, Dorin Habert und Vira. Dorin Habert setzt sich da jetzt in der Abfahrt ein wenig ab von der Italienerin. Aber die hat natürlich am Anstieg nochmal die Chance zu kontern. Das ist natürlich dann auch der nüchterne Tobi Reit. Der sagt, Abisserland, morgen denken, spar dir ein wenig Kraft für das Massenstartrennen. Ist zwar erst übermorgen, morgen ja die Frauenstaffel. Aber das kann dann auch mal passieren. Dorin Habert, jetzt hat sie zwei Sekunden zwischen sich und Vira gelegt. Schumilova kommt nicht näher ran. Muss eher Platz vier gegen die heranstürmende Tiril Eckhoff aus Norwegen verteidigen. Und dahinter Semerenko unten. Eingang des Anstiegs zu sehen. Letzter Anstieg für Dorin Habert und Vira. Und Vira kommt offensichtlich nicht mehr ran. Dorin Habert. Dann die vierte Medaille gewinnen. Aber wir schauen auf Laura Dahlmeier, die auf der Zielgeraden mit der Deutschlandfahne hineinläuft. Deutschland gewinnt zum neunten Mal Staffelgold bei einer Weltmeisterschaft. Die Talsohle der letzten beiden Großveranstaltungen, sie ist durchschritten. Der 13. Freitag der 13. wurde zum Glückstag für die deutschen Damen. Herzlichen Glückwunsch Franziska Hildebrandt, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Laura Dahlmeier. Und dahinter Dorin Habert. Ja, die hat sich abgesetzt. Wird also nach Silber der Mixstaffel und zweimal Gold in Sprintunterfolgung eine weitere Silbermedaille gewinnen. Aber das ist erst einmal der Jubel der Siegerinnen. Und jetzt kommen die Französinnen. Trotz Strafrunde holen sie hier die Silbermedaille. Dank einer sehr guten Schlussrunde von Marie Dorin Habert. Eine Minute der Rückstand und Dorothea Wierer gewinnt die Bronze-Medaille. Nachdem sie vor zwei Tagen noch nur in Anführungsstrichen Vierte geworden war. Russland freut sich über Platz vier. Und Norwegen kommt als Fünfter ins Ziel. Aber das ist das Puzzle, das wir Ihnen vor der Sendung oder vor dem Rennen präsentiert haben. Die Teile haben sich ineinander gefügt. Was für ein Bild. Man könnte das Puzzle eigentlich fast noch einmal neu drucken. Valentina Semerenko auf Platz sechs. Gewohnt. Und da kühlt. So kennt man sie. So sieht sie auch aus, wenn sie Zweite oder Dritte wird. Nur bei einem Sieg. Da wird dann vielleicht mal ein bisschen gelacht. Ja, da gibt es die Gratulationen. Daria Domraceva mit Weißrussland. Position sieben auch mit einer Strafrunde. Die Ukraine hatte ebenfalls eine Strafrunde geschossen. Und jetzt ist auf Position sechs gelandet. Laura Dahlmeier also wie in Antolz im Januar beim Weltcup. Mit der Fahne ins Ziel als Erste. Eine Verbeugung als Dank ans Publikum. Das hier zwar überwiegend russisch geprägt war, aber dennoch den deutschen Sieg ganz fair bejubelt hat. Und jetzt geht es natürlich los da hinten. Jetzt wollen wir natürlich das Quartett auch möglichst zügig bei uns zum Interview begrüßen. Und sie waren mit der Nummer eins gestartet, als beste Staffel in dieser Saison. Waren immer auf dem Podest in allen fünf Saisonrennen. Dreimal Erster, einmal Zweite. Einmal auf Platz drei. Doch mit drei Strafrunden. Tschechien heute abgeschlagen auf dem achten Platz. Große Enttäuschung natürlich. Und jetzt sind sie auf dem Weg. Unser kleines Studio. Unsere kleine Plattform, wo Kathi Wilhelm und Michel Antwerpes bereits warten. Drei von vieren sind schon da. Laura Dahlmeier, die zieht sich zumindest nochmal ein warmes Jäckchen übrig. Da wird jetzt natürlich geredet und gequatscht. Kanada auf der 10, Österreich auf der 11, die USA auf Platz 12. Und die Polen nur 13. Die ja hier auch so ein bisschen ein Kandidat waren. Also Laura Dahlmeier macht sich auf den Weg, hat die Jacke an. Aber die anderen drei, die klettern jetzt dort hinten gerade die Treppe hoch. Deswegen gebe ich ab und wir wollen hören. Zumindest drei von vieren. Herzlichen Glückwunsch also der deutschen Staffel zum Weltmeistertitel.